Herzlich Willkommen bei S21BAU TV. Jetzt auch noch ein Blick auf K13. Da geht die Bewährungsphase ja mit großen Schritten voran. Wir schauen hier mal ein bisschen rein. Viele Leerode sind auch zu sehen für die Beleuchtungsöffnungen, die wir von oben gesehen haben. Jetzt nach dem linken Schiff, wir haben die Beleuchtung im Hintergrund. Die Beleuchtung im Hintergrund. Die Beleuchtung im Hintergrund. Die Beleuchtung im Hintergrund. Jetzt nachdem links so viel Baustahl drin ist. Schönen Gruß an Walter. Jetzt sieht man auch, wie hier das mit dem Winkel der Hutze gut passt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.